Ja, es begann mit einem Vortrag. Ich wurde gebeten, einen Vortrag zu halten an der Universitätsnervenklinik in Köln zu dem Thema Kunst und Psychiatrie. Und da erinnerte ich mich, dass ich zu Hause ein Buch hatte von Hans Prinzhorn und habe das durchgearbeitet, eigentlich aus diesem Grunde, wirklich durchgearbeitet. Und bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, dass ich einerseits natürlich sehr beeindruckt war von diesem Werk, obwohl es ja schon Jahrzehnte alt war, aber ich fand hinten auf Seite 318, glaube ich, war es, einen Hinweis auf Kopffüßler, also kopfartige Bilder auf zwei Beinen. Und Prinzhorn gab zu den Bildern seiner Patienten transkulturelle Beispiele, sowohl aus dem 15. und 16. Jahrhundert unserer Kulturgeschichte, aber auch Skulpturen aus Afrika. Und für mich war das Besondere, dass an dieser einen Stelle, und nur an dieser einen Stelle, wusste ich mal spontan etwas mehr als Prinzhorn, weil er hat 1922 geschrieben und ich kannte natürlich alles, was danach kam, Horst Antes und Peter Gilles und Picasso, der auch Kopffüßler gezeichnet hat, und Jean Miró. Und das war so ein Initialerlebnis, dass ich dachte, ich werde nie so etwas zusammentragen können wie Prinzhorn, auch nicht wie Dubiffé, aber hier gibt es ein kleines Spezialthema, das Prinzhorn schon aufgegriffen hat und hier könnte ich vielleicht eine Spezialsammlung schaffen. Und dass ich damals, kurze Zeit später, ans Landeskrankenhaus nach Bonn kam, er gab mir dann die Möglichkeit, nach Patienten, auch nach Langzeitpatienten zu schauen und ich wurde relativ schnell fündig. Und das war eigentlich dieser schnelle Erfolg von der Idee zum Finden derartiger Zeichnungen, die mich bewogen hat, wirklich diese spontane Idee aufzugreifen und durchzuführen und mit einer Sammlung zu beginnen. Ich habe hier eine Erstausgabe von Hans Prinzhorns berühmten Buch Bildenrei der Geisteskranken. Es war mir wichtig, also von Büchern, die mir persönlich in meinem Leben wichtig sind, ist mir auch wichtig, du hast eine Erstausgabe zu erwerben. Also ich habe mehrere Ausgaben, auch spätere Ausgaben. Es hat sogar einen sehr persönlichen Bezug. Meine Eltern haben mir, als ich 24 Jahre alt war, also gerade mit dem Studium fertig war, Hans Prinzhorns Buch geschenkt. Und das ist das einzige Buch, das ich in meiner ganzen Sammlung habe, wo ich das vorne reingeschrieben habe. Geschenkt von meinen Eltern zum 24. Geburt. Ich weiß nicht, warum ich das reingeschrieben habe. Das habe ich sonst nie in ein Buch reingeschrieben. Aber irgendwie war es mir wichtig. Ich glaube, es war auch ein Stück Anerkennung meiner Eltern, dass ich so etwas komisches wie Psychiater werden wollte. Und da ich auf der anderen Seite immer einer war, von dem sie glaubten, vielleicht studiert er gar keine Medizin, sondern in Wirklichkeit Kunst, war natürlich das, das Missing Link. Und ich fand es dann sehr anrührend von meinen Eltern, mir gerade das Prinzhornsche Buch zu schenken, das ich dann immer in Ehren gehalten habe. Das ich aber erst Jahre später wirklich intensiv für den Vortrag, der zu der ganzen Sammeltätigkeit geführt habe, erst Jahre später dann wirklich durchgearbeitet habe. Aber es lag als ein wichtiges Buch immer griffbereit sozusagen.